So, 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 hallo ihr Lieben, insbesondere natürlich, hallo Hasenbande und besonderes Hallo an alle, die es vielleicht das erste Mal geschafft haben, in den Fototalk Livestream zu kommen. Herzlich willkommen euch allen. Ich muss mich ein bisschen daran gewöhnen, dass ich neuerdings meinen großen seit Jahren benutzten Anfangsspruch nicht am Anfang sage freitags. Warum das so ist, sage ich nochmal später, weil ich glaube, da gibt es noch so ein paar Sachen zu erklären. Und ja, für alle, die jetzt tatsächlich neu dazugekommen sind. Neu, weil sie das heute zufällig irgendwo bei YouTube angezeigt bekommen haben oder weil sie vielleicht so eine kürzere Dienstagsfolge von mir abonniert haben, von Fotomove abonniert haben und wundern sich jetzt, was ist denn das da für ein merkwürdiger Livestream. Das ist eigentlich Fotomove, denn jeden Freitag seit vielen, vielen Jahren jetzt schon findet hier um 20 Uhr ein Livestream statt. Oberthema ist immer Fotografie, weil ich bin Fotograf und das ist nun mal das, was ich am besten kann. Aber ich denke mir, die Fotografie hat sich so ein bisschen eingeigelt, insbesondere so im technischen Bereich. Man redet viel über Technik und Gedöns, aber nicht mehr über Kunst und Kreativität und das, warum man ja eigentlich Fotos macht. Und wem das gefällt, insbesondere vielleicht die, die auch schon so ein bisschen fortgeschrittener sind und sich jetzt fragen, naja, jetzt kann ich alles, aber was fange ich damit an? Naja, deswegen gibt es eben diesen Freitagskanal, der sich genau um dieses Problem kümmern soll. Also erstmal herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch im Chat, denn hier kann eifrig gechattet werden. Ich sehe es auch schon hier so aus dem Augenwinkel, dass da einige Bewegung ist. Und ja, da hat sich auf jeden Fall in diesem Chat jetzt über die Monate und Jahre eine super nette Gesellschaft zusammengefunden von Menschen, die sich für Kultur und Fotografie und solche Dinge interessieren. Und das macht mir auch immer großen Spaß hier. Und so, jetzt lese ich da noch, ich könnte mal den Bau verlassen, aber eigentlich bin ich auf Sendung. Das bedeutet, ihr müsstet alle doch schon was sehen können. Es sei denn, ihr habt durch das Gewitter mittlerweile extrem langsame Leitung. Sieht nach Strandtag aus, lese ich hier schon. Reicht, wenn du teilweise dabei bist. Mike ist schon gespannt auf das Thema. Könnt ihr mich denn gar nicht hören oder sehen? Jetzt bin ich aber ein bisschen irritiert, weil der Stream eigentlich läuft und ich auch euren Talk sehen kann. Und genau für sowas ist das, was ich jetzt neu eingeführt habe, natürlich gut. Du reichst klar und deutlich über den Teich. Also danke lieber Doc, wenn ich bei dir ankomme, komme ich bei den anderen ja auch an. So, und das ist natürlich einer der Gründe, warum ich das jetzt alles so ein bisschen geändert habe. Aber weil es immer Nachfragen gab und weil auch heute ganz zu Anfang, da könnt ihr hochscrollen vielleicht noch, ganz oben, hat die Andrea geschrieben, dass sie heute beim Fotostammtisch ist. Da ist die ja nun mal manchmal. Und ich solle den Stream doch etwas länger online lassen, damit sie ihn gucken kann. Und da dachte ich, ah, auch noch Erklärung. Bedarf. Und das nehme ich mir jetzt einfach, bevor die eigentliche Sendung losgeht. Ihr wisst ja, dann gibt es gleich einen Wusch, dann geht die eigentliche Sendung los. Das nehme ich mir jetzt mal, weil ich auch Privatnachrichten bekommen habe und Anfragen, was das denn jetzt alles bedeutet. Wo denn der Rest ist vom Chat? Wo denn die Bildbesprechung gelandet ist? Wo denn jetzt alles ist? Also, es sieht ganz einfach aus. Es gibt freitags immer ein Hauptthema. Ja, tut mir leid, ich muss es nochmal erklären. Es gibt ja immer ein Hauptthema. Und das Hauptthema ist immer irgendwo in der Mitte. Das war auch vorher schon so. Und da ich ja gerne rede, wie ihr wisst, und am Anfang auch erstmal alle begrüße und immer noch irgendwelche Neuigkeiten habe, die ich hier mit meinen Stammzuschauern auch gerne teilen mag, kleines Dönecken, ein bisschen plaudern, ist es halt so, schaut euch die Folgen des letzten Jahres an, dass ich teilweise 15 bis 20 Minuten damit beschäftigt bin, hier irgendwas zu erzählen. So, die Folgen blieben dann einfach online. Am Wochenende habe ich die nochmal beworben. Und ja, die Leute, die zuschauten, haben dann nicht zu Unrecht immer gesagt, boah, wenn man das so später schaut und gar nicht live dabei ist, dann ist das natürlich ein bisschen doof, weil du redest am Anfang dann viel, da sind auch technische Sachen einzustellen. Wir warten immer auf den Zeitpunkt, wenn das eigentliche Thema losgeht, das ja auch im Titel steht. Das kann ich total gut nachvollziehen. Ich habe dann immer nach einer Lösung gesucht und habe dann eine Zeit lang immer den Beginn unten als Link eingeblendet. Das ging so lala. Und jetzt mache ich es anders. Nachdem die Sendung gelaufen ist, wird die offline geschaltet. Aber nicht so wie Andrea glaubt, dass die dann gar nicht mehr zu sehen ist. Ihr als Abonnenten und regelmäßige Zuschauer, für euch funktioniert der Link, den ihr freitags vor der Sendung zugeschickt bekommt. Das heißt, die Folge So mein ganzes Gerede jetzt, könnt ihr auch auf immer und ewig euch noch anschauen. Ihr müsst nur auf den Link klicken, der freitags vor der Sendung bei euch im Strompostkasten landet. Allerdings ist das Video an sich bei YouTube dann nicht mehr auffindbar. Es befindet sich nicht mehr in der Suche, ist also in so einer Art intimen Bereich derer, die mich abonniert haben oder denen ich vielleicht den Link in irgendeiner Form nochmal zukommen lassen würde. So, zeitgleich schneide ich aber den mittleren Teil, in dem es ums eigentliche Thema geht und der, wie ihr gleich erfahren werdet, eigentlich jetzt der letzte Teil ist. Den schneide ich dann raus. Das kann man bei YouTube machen und veröffentliche diesen eigentlichen Hauptteil dann samstags, nachmittags nochmal als neue Folge zum Thema. Ohne das Gelaber vorher und das eventuelle Gelaber nachher. So, ich hoffe, das ist jetzt erstmal theoretisch klar. Wenn es da Fragen eurerseits zu gibt oder warum und wie, kann ich die natürlich jetzt gerne beantworten, aber ich sehe, ihr seid eher noch am gegenseitigen guten Tag sagen. Dann ist das ja soweit hoffentlich gut. Der zweite Teil, ich habe mich da gerade ja schon so ein bisschen drum gedrückt. In den bisherigen Freitagsfolgen habe ich dann ganz zum Schluss, meistens irgendwann lange nach neun Uhr, immer nochmal einen Blick auf Instagram geworfen. So, und ehrlich gesagt, nicht in meinem, sondern in eurem Interesse fand ich das immer ein bisschen doof, weil ich muss gestehen, so nach einer Dreiviertelstunde, Stunde Gelaber bin ich ein bisschen unaufmerksam, vielleicht sogar ein bisschen müde oder es ist ja was schief gegangen und ich bin mit dem Kopf nicht richtig dabei. Und dazu ist es so versteckt am Ende der Sendung, dass wir das gleiche Problem haben, das ich gerade vorher geschildert habe. Ihr postet da eure Lieblingsbilder bei Instagram mit dem Hashtag, den ich hier oben ja auch einblende, at photomovejournal, nicht at hashtag photomovejournal und dann gehe ich da so schwuppdiwupp irgendwie mit um. Das kann man nochmal machen, wenn ich Gäste habe. Das Format finde ich ganz schön, dass die auch mal mit drauf schauen. Aber an sich wird es jetzt so sein, dass ich zusätzlich, und die Arbeit mache ich mir dann tatsächlich zusätzlich, weil es für mich nochmal eine Art andere Folge ist, auf Instagram selber, auf meinem Profil photomovejournal, da ihr dann natürlich auch abonnieren solltet, eine Instagram-TV-Bildbesprechung mache. So 10 Minuten, Viertelstunde mir immer die Bilder anschaue. Ich habe das letzte Woche Sonntag das erste Mal gemacht. Schreibfehler sind direkt aufgefallen. Die kann ich aber erst das nächste Mal beheben. Und dann kann ich da auf Instagram selber, wo ja die, die die Bilder posten, auch sind, kann ich dann da eben die übliche Bildbesprechung in Ruhe machen. Ich glaube, das Format ist dann ganz schön, hat für mich nochmal so ein Zusatzformateffekt auf Instagram. Das finde ich auch ganz schön. Die Arbeit mache ich mir wirklich gerne. Wir müssten vielleicht nur mal darüber reden, mal Instagram oder hier. Vielleicht habt ihr da ja schon eine Meinung zu, was, an welchem Tag, an welchem Tag ich das machen soll. Also Sonntag bietet sich einfach für mich logistisch relativ gut an. Dienstags und Freitags sind eh schon besetzt. Vielleicht habt ihr da noch irgendeine Präferenz. Da kann man ja dann nochmal in Ruhe, in Ruhe drüber reden. So, der Ottmar ist schon am protestieren. Dann könnt ihr nicht mehr mitreden. Doch, das könnt ihr sehr wohl. Das könnt ihr ja bei Instagram unter dem Video auf jeden Fall nach wie vor tun. Und die Gäste dort, die da auf jeden Fall zahlreicher sind. Denn das sei allen, die da etwas gepostet haben, gesagt. Für euch ist es eh besser. Da gibt es nämlich tatsächlich deutlich mehr Abrufe dieses Videos. Das heißt, auch ihr habt da deutlich mehr Zuschauer. Das halte ich aber, das halte ich aber im Auge. Also die Lage für unseren Hasen-Chat hier, ja, das sehe ich ein. Die, die hier immer teilnehmen, sind dann nicht freitags am Schluss, die noch durchhalten, muss man ja auch sagen. Dann ab Hauptthema verabschieden sich ja auch viele. Für die 15, 20, die dann vielleicht noch hier sind, aus der Hasenbande, die sind nicht mehr so direkt beteiligt. Aber ein Großteil der Hasenbande ist bei Instagram beteiligt. Und viel, 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 viel mehr Leute. Ich glaube, das tut am Ende des Tages jedem gut. Jonathan, Dankeschön. Ja, ich übernehme mich nicht. Ihr merkt ja, VR ist jetzt schon so ein bisschen, ich wollte da eigentlich schon mehr gemacht haben. Das stellt sich aber ein bisschen aufwendiger heraus, weil das Hochladen der Videos da ewig dauert. Also wenn ich da was hochlade, dauert das nicht einfach nur doppelt so lange, weil man zwei Bilder hat, sondern das dauert direkt, wow, viel, 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 viel länger. Und bis das berechnet ist, noch mal länger. Das habe ich ein bisschen unterschätzt. Was die VR-Geschichte angeht, muss ich auch noch mal schauen. Aber die soll ja eh unregelmäßig stattfinden. Und insofern, da mache ich mir jetzt die wenigsten Sorgen drum. Und das andere, noch mal, ja, das tue ich gerne für den Kanal und auch für mich eben noch mal diese zusätzliche Folge. Und unter uns Pastorentöchter, wenn das mal eine Woche nicht hinhaut, dann geht die Welt davon auch nicht unter. Ihr wisst, hier bin ich sehr, sehr streng, dienstags und freitags. Habe ich meines Wissens nach in den letzten Jahren nicht eine Folge verpasst. Da muss ich schon wirklich, müsste ich krank sein oder irgendwo, wo gar kein Internet ist oder so. Aber da bleibe ich bei. Mit Instagram würde das mal nicht klappen, wird ja auch nicht die Welt davon untergehen. Aber das ist nicht der Plan. Wenn ich was tue, das ahnt ihr hoffentlich, dann tue ich es auch immer richtig. Thomas Schwarz schreibt, der letzte Gast war super nett. Ja, der ist wirklich gut. Man merkt ja auch, dass wir uns privat schon lange kennen. Und es ist schon einer, wenn Politiker alle so wären, hätte die Politik nicht so einen schlechten Ruf. Das möchte ich da vielleicht mal sagen. Ich kann ja verstehen, warum Politik oft so einen schlechten Ruf hat. Aber sicher nicht wegen Politikern wie ihm. Ah, jetzt kommen Nachfragen. Der Christian Wutschke, habe ich es jetzt so verstanden, hier werden nur Bilder aus Instagram gezeigt, wenn ein Gast zu Besuch ist. Ich will mich da jetzt nicht so, Christian, so total festlegen. Ich habe auch schon mal Gäste, das habt ihr gesehen. Das fand ich auch schade. Die Gäste sind Bilderbesprechende überhaupt nicht gewohnt. Sind ja oft gar keine Fotografen. Als die Kati hier war, die Schauspielerin, die hat dann also, ja, auch so ein bisschen Angst, dann was Falsches zu sagen. Will ich ja jetzt nicht unterstellen. Die ist schlau und ich will ihr da jetzt nichts. Sie hat das nicht so gesagt. Aber ich merkte halt, dass ich sie sehr motivieren musste, überhaupt etwas zu sagen. Weil sie manchmal ein Bild vielleicht schön fand, aber dann auch schwer erklären konnte, warum. Weil sie vielleicht auch jemandem nicht vor das Knie treten wollte, weil sie was Falsches sagt. Also das muss man mal schauen. Also Gäste würde ich jetzt schon immer noch fragen. Vorher wollte ich da mal mit drauf schauen. Dann kann man gucken. Dann halte ich mich auch mehr zurück. Das würde ich sagen, hat aber dann mit der Instagram-Folge gar nichts zu tun. Meine Instagram, ich gucke über eure Bilder, ist dann auf jeden Fall, ist dann auf jeden Fall jetzt regelmäßig auf Instagram. So, und wer, ich glaube der Doc hat es eben geschrieben, das nicht gesehen hat, das findet ihr jetzt. Ich mache das schon so, dass das auch in meiner normalen Timeline dann erscheint. Im Moment zumindest. Also ihr seht dann da normal, als hätte ich so ein Foto gepostet. Da steht dann aber klein IGTV und da draufklicken und dann kommt man zum IGTV. So, ich blätter mal ganz kurz zurück. Ihr seht, wir sind jetzt nämlich eine Viertelstunde dabei, die so immer an Erklärungsgedöns draufgehen. Und das ist natürlich für jemanden, der jetzt morgen einschaltet und will was über IWA erfahren, dann schlicht langweilig. So, also insofern, wer jetzt doch zufällig auf dieser Folge landet und das Gelatscher ist ihm zu lang, der hat Pech gehabt. Ich kann mich hier nicht um alle sorgen. So, ich mache mal aber eben, sind ja alle dabei, wunderschönen guten Abend, Jürgen Stüber, Helmut sei gegrüßt, PK-Fotografie. Ne, das sind heute wirklich zu viele. Jonathan hatte ich eben schon, alle sprechen über das Gewitter. Hier ist es noch dabei, das vielleicht mal am Rande, aber noch läuft die Leitung. Und man freut sich, ihr mögt euch. Einmal kurz durchscrollen, wenn jetzt von euch da auch keine Fragen mehr sind zu dieser neuen, ist ja keine Formatumstellung, mein Gott, nur die Bildbesprechung. Also die Sendung wird heute dann enden nach dem Hauptteil. Dann gibt es dann normale Verabschiedung und dann kommt der Abspann. Und die Bildbesprechung dann auf Instagram. Und wie gesagt, heute lasse ich mir auch extra Zeit, so ein bisschen auf euch einzugehen. Und das gehört sich ja auch so, weil ihr seid ja auch das, was diesen Kanal hier am Leben erhält. Das habe ich am Dienstag in der Folge hoffentlich auch deutlich gemacht. So, ich glaube, da bin ich eben schon drauf eingegangen. Ja, viel beschäftigt bin ich im Moment tatsächlich. Andi ist jetzt auch dazu gekommen, jetzt sind wir vollzählig. Und jetzt noch, schreibt der Christian, nochmal 10 Minuten Begrüßung. Nein, 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 nein. Das heute nicht, sonst werden ja alle wahnsinnig. So, jetzt probieren wir es aus. Die letzte Woche, da hat es eigentlich ganz gut geklappt. Und wie gesagt, heute, dann schneide ich im Prinzip, meine Vorgehensweise ist euch klar. Heute Abend noch schneide ich dann das, was ich jetzt rede, ab. Veröffentliche das separate Video, aber nochmal, wer von euch Bock hat, den ganzen Kram jetzt nochmal zu hören. Oder die, die zur engen Gruppe gehören, Abonnenten sind und haben da auch Spaß dran, euren Chat mitzulesen. Die können das tun mit dem Link, den ihr ja eh am Freitag geschickt bekommt, wo drin steht, jetzt ist FotoMove live auf YouTube. Diesen Link, der funktioniert auch für immer. So, also, spannendes Thema wird es heute. Ihr habt es schon hoffentlich gesehen. Dazu natürlich jetzt mehr nach dem Wusch. Freunde der Nacht, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines kleinen, aber umso feineren Magazins. FotoMove. Der Chat läuft. Ich laufe einigermaßen hier gewittert, aber wir stürzen uns heute in ein besonders interessantes Thema, das eigentlich in einen größeren Rahmen eingebettet ist. Denn ich hatte vor drei, vier Wochen, ach, oder vielleicht auch vor fünf Wochen, hatte ich meine treuen Zuschauer gefragt, schick mir doch mal Vorschläge, schick mir doch mal Ideen zu neuen Themen. Und relativ auffällig, und das hat mich auch sehr gefreut, weil es eines der Themen ist, die mich auch sehr beschäftigen, ist die Frauenfrage. So, ich habe schon mal so ein bisschen flapsig am Rande gesagt, dass ich selber Feminist bin, wenn es um Fotografie an sich geht, aber eben auch so und wollte das immer mal zum Thema machen. Und ich glaube, es ist tatsächlich an der Zeit. Und was kann man da Schöneres tun, als so einen leichten Einstieg heute zu finden? Und zwar über eine sehr bekannte Fotografin, die fast in Vergessenheit geraten wäre. Sie ist im Übrigen nur eine von vielen, nicht von denen, die in Vergessenheit geraten sind, sondern eine von vielen Fotografin, über die tatsächlich manchmal auch etwas weniger gesprochen wird, als über die männlichen Kollegen. Aber es ist ein zweiter Spagat, der auch auffällig ist im professionellen Fotogewerbe. Also bekannte Starfotografin und Starfotografin haben eigentlich von Anfang an, also von 1827 angefangen, immer auch Frauen eine nicht untergeordnete, sondern erhebliche Rolle gespielt. Es gab immer sehr, sehr viele Frauen, die auch diesem Beruf nachgegangen sind und bis heute natürlich unzählige berühmte Frauen. Wie immer, sonst bräuchten wir ja keinen Feminismus mehr, ist das nicht 50-50. Es gibt da schon immer noch ein paar Männer mehr mit sinkender Tendenz, muss man sagen. Aber es ist jetzt auch nicht so ein Bereich, ach, so ein paar exotische Damen waren auch mal bekannte Fotografinnen. Nein, ganz im Gegenteil. Gerade die Fotogeschichte des 20. Jahrhunderts ist wesentlich geprägt durch weibliche Fotografie. Das wiederum, und das ist ja auch bemerkenswert, auch mal so in Richtung meines Chats hier, das wiederum widerspricht so ein bisschen, wir reden ja jetzt, ich habe ja von der Profiszene geredet, im Übrigen in meinem Studiengang hatten wir auch ungefähr die Hälfte Frauen, die Hälfte Männer, also es war sehr ausgewogen. Das, was sich da auf der Profi-Ebene als selbstverständlich abbildet, findet man im, nennen wir es mal Amateur- oder Robby-Bereich, zumindest, wenn wir Internetrecherchen machen, nicht so sehr. Und ich will euch einfach mal folgende Statistik zeigen, ich blende den Chat mal kurz raus. Das ist, ihr seht es auf unbegrenzt gestellt, die Statistik meines Kanals seit dieser Kanal existiert. Und da haben wir eine weibliche Beteiligung an meinen Videos von 13,3%. 86,7% der Zuschauer sind Männer. Und leider, ich würde mich ja jetzt gerne fast schon mit den 13,3% brüsten, weil das wäre, das kann ich euch verraten, das wäre sogar relativ viel. Aber mit absteigender Tendenz, in den letzten Monaten, im letzten Jahr, sind das weniger geworden. Deutlich weniger. Ich habe weit über 90 bis 95% männliche Beteiligung hier auf dem Kanal. Und das, jetzt könnte man sehr, sehr schnell und flapsig sagen, naja, Männer interessieren sich mehr für Technik. Das, obwohl mein Kanal ja bewusst nicht so techniklastig ist. Also, da ist was im Busch. Das müssen wir vielleicht auch, wenn ich mich jetzt länger über mehrere Folgen auch mit dem Thema auseinandersetze, das müssen wir mal genauer im Auge behalten. Und das setzt sich eigentlich sofort. Ich hoffe, ihr könnt das lesen. Das Bildschirmfoto ist ein bisschen klein geworden. Gibt man den Begriff Fotografin einfach bei Google ein, dann gibt es 10 Millionen Ergebnisse. Da ist natürlich jedes Ergebnis bei, wo nur das Wort Fotografin drin vorkommt. Das ist klar. Sind jetzt nicht 10 Millionen Fotografinnen, die da gefunden werden. Und 10 Millionen ist ja auch schon eine ganz schöne Menge, weil Fotografin ist ja auch ein eindeutig deutsches Wort. Das heißt, wir finden 10 Millionen Ergebnisse, sagen wir mal, groß im deutschsprachigen Raum. Tja, dann gehen wir einfach Fotograf ein. Und da sind es 778 Millionen. Also, ja, fast eine Dreiviertel oder rund eine Dreiviertel Milliarde Einträge, die da kommen. Nun gut, auch da relativieren wir jetzt ein wenig. Fotograf ist in unserem Sprachgebrauch ja oft auch noch das Wort, das wir für beide Geschlechter verwenden. Aber ich glaube, der Unterschied ist zumindest so groß, dass er auffällig ist. Oder schauen wir uns einfach mal die Setcards in der Modellkartei an. Denn da geht es ja nicht um den Fotografen selber, sondern da geht es ja um Modelle. Und da kehrt sich das Bild, wenn auch vielleicht nicht ganz so drastisch, aber sehr, sehr deutlich um. Bei 39.000 Fotografen, da unterscheiden die jetzt nicht in weibliche und männliche, gibt es 53.000, über 53.000 weibliche Modell-Setcards. Also eine echt große Menge und männliche Modelle nur 9.900, also knapp unter 10.000 männliche Modelle. Also auch da ist nochmal so ein, wie sagt man so schön, so ein Ding, ich wollte jetzt gerade sagen, so ein Pack an. Nur das wäre bei dem Thema garantiert der falsche Begriff. Nein, es geht nicht um Anpacken. So, also das wäre für mich thematisch eben auch nochmal so ein Thema, das man insofern behandeln müsste, wie die Verteilung, wenn man so will, zwischen den Geschlechtern bei Modellen und Fotografen ist, etc. So, kurz mal schauen, ihr hattet so viel geschrieben, aber ich glaube, auch das ist ein winziges Bildschirmfoto. Ja, ich muss ja auch meine Lesebrille hier schon aufziehen, das ist schon wahr. Fotografer, ja, das ist ja ein bisschen, die Diskussion will ich zumindest heute nicht führen, diese Frage des Sprachgebrauches. Es ist ja natürlich, und die mal auf völlig unideologischer Ebene ist natürlich auch ein bisschen deutsches Problem, weil man eben im Englischen nicht die weibliche und die männliche Endung hat, die man beide eben verwenden müsste, sondern da würde man ja Female-Fotographer sagen, also ausgesprochen weiblicher, weiblicher Fotograf letzten Endes. Das ist natürlich was anderes. So, also das mal so als Motivation, warum ich dieses Thema, mich des Themas annehmen möchte. Und einen ganz wichtigen Aspekt habe ich ja eben schon genannt, das ist die grundsätzliche Frage nach Fotografinnen. Und da werde ich euch in naher Zukunft, vielleicht nächsten Dienstag, mal in so einer Dienstagsfolge, einfach nicht nur eine Handvoll, ich muss das betonen, nicht nur eine Handvoll von exotischer Frauen vorstellen, sondern immens prägende und wichtige Fotografen, Fotografinnen Ende des 20. Jahrhunderts. Und eine davon war IWA. So, ihr seht, wie schön ich mein Titelbild heute unter anderem aus diesem Foto gebastelt habe und da gab es auch mal gar keine Probleme mit den Rechten, was Urheberrechte angeht. Insofern, die IWA-Fotos sind tatsächlich alle frei, aus vielleicht traurigem, ja doch, aus deutlich traurigem Grund, aber davon erzähle ich euch dann am Schluss. Wer war also IWA? IWA hieß eigentlich nicht IWA, das könnt ihr euch vorstellen, so ein typischer 20er Jahre Künstlername, würde ich sagen. IWA heißt eigentlich, und das muss ich ablesen, das kann sich kein Mensch merken, deswegen hat sie wahrscheinlich auch so einen kurzen Namen genommen, Elise Ernestine Neuländer Simon. Simon kam später noch dazu, das war nämlich ihr Mann, den Namen hat sie dann noch hinten dran gehangen, aber selbst bei Else Ernestine Neuländer bietet sich als Künstlername definitiv eine Verkürzung an, die hat sie vorgenommen. Sie wurde im Jahr 1900 in Berlin geboren und das ist insofern interessant, weil wir reden, wenn wir so über die Vergangenheit reden, haben wir schnell das Gefühl, das ist so unglaublich lange her. Ich möchte daran erinnern, mein Alter kann ich ja verraten, ich bin 51 Jahre alt, das ist schon noch die Generation meiner Großeltern, also das ist jetzt nicht total weit weg, spätestens Urgroßeltern, in meinem Fall, ich glaube meine Großväter sind 1907 geboren, also das ist die Generation meiner Großväter, die Generation, die Großväter jetzt nicht speziell, aber die Generation, die ich persönlich noch kennengelernt habe, es ist nicht, es ist nicht keine Geschichte aus dem Mittelalter, oder keine Geschichte aus dem Mittelalter, die ich erzähle. So, und was wir hier schon ein bisschen sehen, da gehe ich aber später drauf ein, auf dem Bild, ist natürlich auch, ist natürlich auch eines jüdischen Kaufmanns, mit neun Geschwistern, in Berlin, und über ihre Ausbildung ist wenig bekannt, aber, und das war damals, das war damals schon auch einmalig, sie eröffnete mit 25 Jahren ihr erstes eigenes Studio in Berlin, und das kann man leicht rechnen, in den wilden, Roaring Twenties, so, und in der Zeit der Weimarer Republik, Babylon, Berlin, unbedingt gucken, das ist am Rande, da kriegt man ganz viel davon mit, und die Fotos sind jetzt teilweise relativ klein, manche sind auch größer, aber die könnt ihr natürlich, die müsst ihr ja nicht lesen, sondern nur auffassen und sehen, und sie entwickelte sich relativ schnell zu einer wirklich sehr, sehr populären Mode- und Porträtfotografin, das war, sag ich mal so, ihr Hauptfachgebiet, Mode-Porträt, und schon 1927 erste Ausstellung, ganz, ganz wichtig, und fotografierte da tatsächlich dann relativ schnell auch Berühmtheiten der Weimarer Republik, das sind jetzt alles so Namen, die mir gar nicht mehr viel sagen, wird genannt, die Karin Stilke, das ist diese Dame hier, ein Fotomodell der 20er Jahre, aber auch Tänzerin Tatjana Barbakov, vielleicht kennt ihr die, mir sagt die jetzt nichts mehr, aber sie war da schon so eine High-Society Fotografin und hat ja eigentlich jeden in Berlin fotografiert, der so unterwegs war und das auch relativ provokant, ich habe jetzt mit den etwas weniger provokanten Bildern mal angefangen, das sind, das ist die Auffassung, klassische Porträtauffassung, die wir hier sehen, wie sie ja auch bis weit in die 30er Jahre in Hollywood gehandhabt wurde, das klassische Starlicht, hier schön umgesetzt mit dem Hintergrund, aber immer ein Führungslicht, das von seitlich oben halt so eine schöne helle Spur auf der einen Seite des Gesichtes gibt und auch relativ dramatisch in der Umsetzung der Schatten, da sind wir ja heute fürchterlich weich gewaschen, also da hat man schon auch den Schatten, wie hier den Nasenschatten, hat man da schon auch mit einbezogen, wie ich finde, sehr gut, weil wir rennen ja auch in Wirklichkeit nicht Schatten durch die Gegend. So, hier mal eine ganz weiche Auffassung, ich finde ein wunderschönes Porträt und hier auch so ein bisschen Spiel mit der Handhaltung, die ja keine logische Funktion mehr hat, also es ist eine schöne Auffassung, wie ich finde, zwischen Pose, die es nicht ist und natürliche Aufnahme, die es auch nicht ist. also es hat so was ja fast Dadaistisches, Modelle etwas tun zu lassen, das sinnlos ist. So, vielleicht auch ein bisschen Surrealismus, der da eine Rolle spielt, der damals ja auch angesagt war, warum sollte man sich die Hand oben ans Auge halten auf diese Art, also hat keine Funktion wie Pseudo Aufstützen oder Anlehnen oder wie andere große Posen, um irgendwas zu betonen, sondern man lässt Modelle einfach etwas machen, über das der Betrachter dann nachher stolpert. Auch damals sehr weit verbreitet, heute, ihr kennt meine Kritik, in der langweiligen Zeit, der schön, schön, alles ist nur noch hübsch Fotografie, auch nicht mehr so oft gemacht, wie es sich gehören würde. So, Männer hat sie natürlich auch fotografiert und zurück zu ihrer Biografie, sie arbeitete dann ab 1929 für Ullstein, dass sie ihre erste Ausstellung 1927 hatte, weiß ich nicht, ob ich das schon erwähnt habe, aber ab 1929 für Ullstein und Ullstein war damals der große, coole, angesagte Berliner Verlag, er gab die Berliner Illustrierte Zeitung heraus, das Uhu, ein Modemagazin, das bis heute, glaube ich, seinesgleichen suchen würde, aber sie veröffentlichte auch in Die Dame, eines der großen Modemagazine der damaligen Zeit, in der Münchner Illustrierten Presse hat sie veröffentlicht und hat eben auch als eine der ersten Modefotografie, wie wir sie hier ja sehen, zu einer neuen Stilart gemacht. Vorher gab es Porträt, da ging es um den Menschen. Und jetzt bestimmt natürlich der Mensch das Bild, Bild, aber das, was in Szene gesetzt werden soll, ist eben die entsprechende Mode und ich glaube, das kann man hier auch auf dem Bild sehr schön erkennen, denn das Führungslicht, das wir in dem Porträt vorher noch hatten, dass das diesen schönen Schlagstanden im Gesicht gegeben hat, streift hier genau dieses T-Shirt, ich glaube, so hat man es damals noch nicht genannt, und die Hose, also den Aspekt, um den es eigentlich geht. Natürlich noch eine relativ experimentelle Phase für die Mode, da gab es ja nachher noch ganz, ganz wilde Sachen, aber sie war tatsächlich eine der ersten, auch international bekannten Modefotografin. So, sexy ging es auch durchaus bei ihr zu, auch das, so ein klassischer, ich weiß nicht, also klassischer Schuss, ich weiß nicht, ob es da tatsächlich auch um die Strümpfe geht, die wir da sehen, könnte ich mir hier tatsächlich sehr, sehr gut vorstellen, das könnte ja fast ein Werbefoto für Seidenstrümpfe sein, oder, ich weiß gar nicht, die Damen, haben wir ältere Damen anwesend, gab es schon den Nylonstrumpf, ist das vielleicht sogar in die Richtung aufzufassen, aber wir sehen natürlich hier sehr posiert, aber sehr elegant in das Bild eingepasst, also eine sehr, sehr elegante, wunderbare Linienführung und fast mit einer gewissen Brutalität oben die Zeitung haltend, die ja das Gesicht abschneidet, den Körper verdeckt und unseren Blick dann eigentlich direkt auf diese spannende Diagonale der Beine lenkt, also ein ganz, ganz klassisches, tolles Modefoto aus den 20er Jahren. So, das zeigt sie selber bei der Arbeit, so, das ist sie, wie sie, ich glaube 1930 den Bildhauer Hugo Lederer fotografiert, so, ich habe einfach nachgeschaut, wer Hugo Lederer ist, den kannte ich vorher auch nicht, war damals in den 20er Jahren schon so ein großes Tier, der aber dann auch auf etwas seltsame Art nachher so ein bisschen in die Mühlen des Nationalsozialismus geriet, aber auf sehr umwegige Art, er war bei seinen, ja, er war in der Akademie der Künste, er war Professor und ich mache das ganz, ganz kurz und ist da mit seinen liberalen Kollegen immer eher aneinander geraten und ist aber auch bei den Nazis nie gelandet, das ist tatsächlich tragisch, also ist irgendwie nicht so ein, also kein Revoluzer gewesen, sondern ist auch irgendwann der NSDAP beigetreten, aber hat da auch, also die Nazis fanden seine Sachen auch nicht prickelnd und er hat dann in den 30ern glaube ich keine besonders schöne Zeit gehabt, weil er schlicht keine Aufträge mehr hatte, aber das ist eine andere Geschichte, die ich nur mal kurz am Rande erzählen wollte. So, und da sehen wir sie tatsächlich bei der Arbeit, ist natürlich fürchterlich gestellt, ist wahrscheinlich ein Assistent oder jemand von ihr dabei, der das macht und da sind wir eigentlich schon bei so einem Ding, denn Anfang der 30er Jahre, zu ihren wirklichen Hochzeiten hatte sie sich so ein Renommee erarbeitet, dass sie zehn Angestellte hatte, also das war ein fotografischer Großbetrieb, muss man geradezu sagen, den sie da leitete, also sie war die Nummer in der Berliner Fotografie der damaligen Zeit. Erstmal nur am Rande, sie hat auch andere Bilder gemacht, da stolperte ich so drüber, weil das eben mal keine Mode Fotografie ist. Und hier kommen wir natürlich jetzt zu so ein bisschen den provokanteren Dingen. Ihr seht, auch das hat heute Eingang in mein Titelbild gefunden. Und ja, das ist natürlich jetzt schon so die Bildauffassung. Auch Molninotsch spielt da ein bisschen die Rolle, Fotografie nicht nur als einzelnes Abbild zu sehen, sondern ja, eben auch im Sinne des neuen Sehens. Also Fotografie, das ist ja das, was ich immer beklage. Fotografie hat sich schon in den 20er Jahren von den langweiligen Sehgewohnheiten trennen wollen und wurde experimenteller. Und hier eben mit Mehrfachbelichtungen eben auch gearbeitet. Nacktheit ist natürlich auch damals noch viel umstrittener und schwieriger gewesen als heute. In dem Fall mal so eine Collage, die sie angefertigt hat. Ich glaube, das zeigt nochmal sehr schön, eine Dame beim Charleston tanzen und ein dunkelhäutiger Saxophonist, der da eben auch noch eine Rolle spielt. Ich glaube, das zeigt schon sehr gut, so die wilden 20er Jahre. Und ihr könnt euch vorstellen, das gefiel nicht mehr jedem. Und kommen wir da im Prinzip auch schon in die gemeine Schneise oder die Schneise, die ihr sicher schon erwartet habt. Denn ihr wisst, 1933 Machtübernahme durch Adolf Hitler, Ermächtigungsgesetz und damit jede Möglichkeit, insbesondere damals schon jüdischstämmigen Deutschen Berufsverbote zu erteilen. Und prompt 1933 geriet sie auch schon unter Berufsverbot. Und das ist natürlich aus verschiedener Hinsicht äußerst traurig. Denn jetzt habe ich mich hier so ein bisschen in meinen vielen offenen Fenstern verheddert, denn ich mache das nicht alles aus dem Kopf. Das könnt ihr mir glauben. Also 1933 wirklich Schlag auf Schlag und sie musste sich irgendwas einfallen lassen und dann hat sie angefangen zu tricksen. Hat mit einer Agentur zusammengearbeitet, sodass ihr Name nicht mehr so oft in Erscheinung trat. Ich will zum Schluss nochmal genau dieses Bild zeigen, ihre Reihe prominente Menschen von hinten. Also auch nochmal eine unglaublich mutige Bild Auffassung. Und ja, damit war sie natürlich aus mehrfacher Hinsicht bei den Machthabern direkt unten durch, aber vor allen Dingen natürlich aufgrund ihrer jüdischen Herkunft. Und ja, dann ist die Geschichte eben traurig. So, Berufsverbot 1933, ab 1936 übernahm dann eine Freundin, eine Kunsthistorikerin offiziell das Studium. Und ihr seht, 1936, das war vielleicht auch für sie tragisch. Ich weiß nicht, ob euch das so klar ist. Es gab im Dritten Reich, wenn der Arne hier wäre, der ist da auch Fachmann, es gab im Dritten Reich schon so eine Phase, in der sich die Nazis es nicht haben anmerken lassen. 1933 Machtübernahme. Brutalste Vorgehensweise. Hier in Sichtweite, also wenn ich hier in die Richtungen, die ich zeige, aus dem Fenster schaue, 20 Meter entfernt sind 1933 zwei junge Männer, auch in diesem Alter, Generation meiner Großeltern, erschossen worden, nur weil sie in der kommunistischen Partei waren, auf der Flucht erschossen hieß es. SPD, Sozialdemokraten und Kommunisten sind da einfach, junge Leute sind da interniert worden, zwei wollten ausbüchsen, Schuss in den Rücken fertig. Das war alles schon 1933, ganz, ganz, ganz kurz nach der Wahl, muss man sagen. Also ganz gruselige Zeiten. Und das haben spätestens ab der Nacht der Langen Messer, als Edler ja selber seine SA-Leute abgemurkst hat, haben das auch die Machthaber gemerkt, damit machen sie sich jetzt nicht total beliebt. Andere Zeiten, brutalere Zeiten, das kann sein, aber Leute auf der Straße erschießen, ja, also selbst im Dritten Reich nicht gut, so. Und dann kam ja auch Olympia und gerade die Olympia-Zeit war ja auch ein regelrechter Erlass, da hat Goebbelt seine ganzen Brutalmaßnahmen nochmal zurückgefahren, um Deutschland so ein weltoffenes, modernes Äußeres zu geben. Und vielleicht hat sich davon, Iva, das ist jetzt reine Vermutung, so ein bisschen täuschen lassen, weil gerade in Berlin herrschte eh noch relativ lange ein Klima, das auch seine liberaleren Seiten hatte und vielleicht hat sie es einfach auch nicht so schnell gemerkt. Also 1936 ist sie noch im Betrieb und ganz spannend, für alle, die es nicht eh schon wissen, in dem Jahr stellt sie Helmut Neustädter ein. Und wer ist Helmut Neustädter? Helmut Newton. So, der Fotograf Helmut Newton, den viele von euch kennen. und Helmut Newton macht seine Ausbildung bei Iva, arbeitet da zwei Jahre und tut dann das Richtige, verschwindet aus Berlin. So, verschwindet nach Australien, geht da zur Armee, eigene Geschichte habe ich glaube ich schon mal erzählt. So, und Iva bleibt und man kann sich jetzt natürlich Gedanken machen, sie hat auch zehn Angestellte, Verantwortung spielen eine Rolle, was auch immer, aber sie bleibt. Da wäre eine Zeit gewesen, da hätte sie vielleicht gehen sollen. Und 1938 wird dann das Atelier endgültig geschlossen. Sie arbeitet dann als unterschiedliche Aussagen, aber in einer Röntgenabteilung im jüdischen Hospital, das passt ja, Röntgen hat ja in der Praxis viel mit Fotografie zu tun, vielleicht so was wie Röntgenassistentin, sie ist ja jetzt auch keine Radiologin im engeren Sinne, und verbringt da eben noch einen Teil ihrer Zeit und gerät natürlich trotzdem, gerade im jüdischen Hospital, auch immer mehr in den Fokus der Machthaber. Und ja, eigentlich hatte sie ihre Ausreise dann auf den letzten Drücker wohl doch schon geplant, gemeinsam mit ihrem Mann, aber wie es damals dann so war, 1942, über Nacht, wurde sie festgenommen, deportiert, und ihr könnt es euch vorstellen, man weiß leider gar nicht genau wo, aber wahrscheinlich schon bei Ankunft in einem großen Vernichtungslager direkt umgebracht. Und deswegen traurig, aber das letzte Foto ist halt ein Stolperstein. Ja, mein Danek steht da, das steht aber gar nicht ganz fest, ihr offizielles Todesdatum ist dann auf 1944 festgelegt worden. Wenn ich über diese Zeit spreche, packen mich jedes Mal die Emotionen gruselig, und heute gibt es wieder Menschen, die das alles nur für einen Fliegenschiss der Geschichte halten. Ja, das ist das viel zu kurze Leben einer sehr, sehr bekannten und sehr begnadeten und begabten Fotografin, die in den 20er Jahren halt ihren großen Höhepunkt hatte und die schnell vergessen wird, die schnell mal erwähnt wird im Zusammenhang mit Helmut Newton, da hat der die Ausbildung gemacht. Da habe ich das glaube ich auch das erste Mal gehört, schon vor vielen Jahren habe ich über Helmut Newton referiert und dann hieß es, der hat seine Ausbildung bei Iva gemacht, in Fachkreisen und ich dachte, okay, Iva, wer ist denn Iva? Ja, das ist Iva und ich hoffe, dass ich auch so ein bisschen bei euch so ein Gespür dafür entwickeln konnte, dass Fotografie und weibliche Fotografie, um die es ja heute eigentlich geht, weibliche Fotografie nicht am Rande stattgefunden hat, sondern dass Weiblichkeit in der Fotografie eben von Beginn an und insbesondere in frühen Jahren, insbesondere auch in der Design- und Kreativszene der 20er Jahre eben eine große Rolle gespielt haben. So, jetzt schaue ich mal, was ihr denn oder ob ihr da etwas in den Chat noch geschrieben habt zu. Da ist ja schon ganz viel. Ja, genau, ich fange ja mit dem Doc an, ich glaube, es ist einer der Ersten, der da was zu schreibt. Helmut Neustädter, nicht Friedmann, oh Mann, wird Zeit fürs Wochenende, ja, Christian schreibt, nein, es gibt kein Interview mit einer von, das, hat ja gerade auch meine Betroffenheit, glaube ich, deutlich gemacht, die Iva, die kann ich nicht mehr heute hier nebenher sitzen haben, aber das könnte ich auch, wenn es an die wäre, heute dann 121, das, das würde so oder so nicht mehr hinhauen. So, ähm, mit dem zweiten sieht man besser, Pulp Fiction, Nylon, Nylon, ah, meine Nylon-Frage wurde beantwortet, wurde erst als 38 erfunden und kommerziell genutzt, na dann war es aus jedem Fall kein Nylon-Strumpf, sondern ein Seiden-Strumpf, und auch keine Zahnbürste, lieber Doc, das stimmt, Seide geht auch, Strümpfe gibt es ja viele Liebhaber tatsächlich, ist ja für viele auch so eine Art Fetisch, ich selber mag das nicht, also, das muss ich einfach sagen, ähm, der Henz Tobler Fotograf, schönen Gruß an dich, weiß nicht, ob du ganz neu dabei bist, äh, Gruß aus der Schweiz, aber natürlich einen schönen Gruß in meine Liebe Schweiz zurück, ähm, so, Namen zusammen, Thorsten Kasch ist auch noch dazugekommen, ja, genau, gibt, die große, große Verbindung zwischen Röntgenfotografie und, äh, einfacher Fotografie, wie gesagt, rein technisch, deswegen auch früher bei Zahnärzten, die immer so kleine Entwicklungsgeräte hatten, auch immer nach Entwicklungschemie, heute geht das meist ja elektronisch, ähm, genau, sie war dir nicht bekannt, Klaus, das kann ich durchaus verstehen, es gibt eine Menge auch bekanntere Namen, so, aber ich fand, sie war heute ein guter Einstieg, eben auch, weil, und das ist so, es geht ja nicht nur bei Helmut Newton um sie, sondern auch um seine Frau June, die ja auch eine ganz hervorragende und wichtige Fotografin war, und natürlich, dann hat man so einen Helmut Newton und der überschattet das alles, ich glaube nicht, dass Helmut das selber wollte, der hat Iva immer sehr deutlich hervorgehoben und sehr deutlich auch als seine Lehrmeisterin in Interviews benannt und hat auch immer seine Frau June als, nicht als, ach, ist mein Weibchen, die auch ein paar Fotos macht, sondern immer auf Augenhöhe haben die als Fotografen auch zusammengearbeitet, aber unsere Welt ist natürlich nicht unbedingt so und so ist natürlich Helmut Newton, der Fotograf, sodass, ihr wisst, was ich meine, die mit ihm zu tun hatten, dann auch manchmal ein bisschen öffentlich nicht so oft genannt wurden. Ja, mein lieber Doc, das kann ich mir vorstellen mit einem gruseligen Autokraten im Weißen Haus, da kommen auch bei mir, da kamen auch bei mir an einigen Stellen ähnliche Assoziationen, weil die Mechanismen, die Mechanismen sind es ja, die Themen sind oft andere, vielleicht sogar umgekehrt oder auf andere, zum Beispiel was Antisemitismus angeht, der steht vielleicht jetzt mal gerade da nicht so im Mittelpunkt, aber man sucht sich halt eine andere Gruppe, auf die man schießt. Die Mechanismen bleiben beim Rechtsextremismus immer die gleichen. Aber nochmal, das Thema, das will ich jetzt gar nicht aufmachen, sonst werde ich wieder emotional ihr Lieben. Ja, diese ganze Reihe möchte ich jetzt auf jeden Fall noch fortführen. Ich möchte euch Fotografinnen vorstellen, jetzt nicht jeden Freitag irgendwie eine, aber vielleicht in der Dienstagsfolge, dass ich mal so meine Top 5 oder sowas vorstelle und dann haben wir noch das große Themengebiet natürlich Darstellung von Frauen in der Fotografie, wie sich das vielleicht auch wandelt, vielleicht auch die Frage, wie Frauen Menschen fotografieren, ist da ein Unterschied? Ich glaube nicht, das nehme ich schon mal vorweg. Das ist nämlich, glaube ich, auch nur ein Gerücht, aber gut. Also wir haben da ein breites Themenfeld, das ich sehr, sehr spannend finde. Ich habe jetzt eine Freundin angefragt, die sich auch, sagen wir mal, mit den Grundlagen des Feminismus sicherlich ein bisschen besser auskennt und da im Vergleich zu mir auch sicher Hardcore drauf ist, die wird sicherlich auch den einen oder anderen Widerspruch hervorrufen. Bleibt trotzdem nett, wir bleiben alle nett miteinander, wenn die Zeit hat und kommt, die ist auch total nett, dann werden wir da mal so ein bisschen auch darüber diskutieren können. Also ich glaube, ein Thema, das sich für uns hier, das sich für uns auf jeden Fall lohnen wird. Ihr Lieben, das ist das neue Format, dadurch sind wir etwas schneller. Ich rufe noch mal in Erinnerung, weil das habe ich im ersten Teil der Sendung gesagt, die ja nicht in der Kurzfolge ausgestrahlt wird. Wer jetzt also die Kurzfolge sieht, dem sei noch mal folgendes gesagt, es gibt freitags immer eine richtige lange Folge, bei der ihr dabei sein könnt und eben auch mit chatten könnt, die wird dann als kürzere Form im Hauptthema noch mal hochgeladen. Es gibt aber auch neuerdings auf Instagram unter dem Hashtag, den ich hier eingeblendet habe, Foto Move Journal, denn Foto Move Journal ist dort meine Seite, die ihr bitte auch abonnieren könnt. Wer da Bilder postet unter diesem Hashtag, die bespreche ich dann in einer eigenen kleinen Sendung auf Instagram, auf IGTV, also Instagram TV. Ich habe eben mal der Doc gesagt, er findet das nicht, das weiß ich auch nicht, schreibt mir doch vielleicht mal bei Instagram oder irgendwo wir finden raus, woran es liegt. Eigentlich muss man nur drauf klicken und dann startet das. Vielleicht liegt es auch tatsächlich mit den dass man da irgendwas hier nicht empfangen kann. Das glaube ich aber eigentlich nicht so sehr. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Wochenende. Ich mache morgen das erste Mal seit ewigen Zeiten wieder ganz konventionell Fotos, Porträts, Künstlerporträts in dem Fall und ich muss gestehen, dass zum Abschluss, ich bin schon richtig aufgeregt, jetzt wo ich so lange diesen Platz hier kaum verlassen konnte. Morgen mal wieder, ich habe schon frische Akkus gekauft, damit da nichts schief geht. Wir haben wirklich relativ lange hier Heimdienst gemacht. Morgen begegne ich einem echten Modell, einer Schauspielerin, die echte Fotos von sich braucht und ich muss meine Kameratasche so richtig mitnehmen. Das habe ich jetzt tatsächlich länger nicht gemacht. Verrückt, aber ist so. Und deswegen haltet mir die Daumen, dass die Akkus durchhalten, aber die sind ja neu, dass alles gut geht. Muss ich mich auch mal ein bisschen bewegen. Ich verstecke meinen Bauch hier geschickt unterm Schreibtisch, aber Bewegung wird mir auch mal gut tun. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende. Habt eine gute Zeit, schaltet wieder ein, vergesst nicht auf den Like Knopf zu drücken, so, und wer es noch nicht getan hat, vielleicht auch noch auf den Abo Knopf. Ich freue mich so oder so auch aufs Wochenende und Sonntag habe ich auch frei, da denke ich an euch und mach IG TV, wir sehen uns, haltet die Ohren steif und wie immer bleibt mir gewogen. Tschüss. Tschüss.